Hallo Leute, ja und herzlich willkommen zu einem Infovideo und jetzt denkt ihr euch ganz sicher Hä? What the fuck? Was hat jetzt schon wieder BigSmileLP hier gemacht? Ja, ich habe einen neuen Kanal aufgemacht in YouTube. Dieser heißt Terra Gaming. Wir hatten einfach Lust auf einen neuen Kanal, weil es ist einfach ausgelutscht gewesen, der andere. Und es war wirklich auch ein bisschen kindisch, so mit Ey Leute, was geht? Hier ist BigSmileLP. Das hat uns einfach nicht gefallen. Mir und Philipp. Hallo. Ähm, ja. Wir haben jetzt einfach einen eigenen Kanal aufgemacht, der so, ja, fast alles beinhaltet, was so Spaß macht am Game. Also Montages, Let's Plays, Let's Shows und auch manchmal sogar, ja manchmal sogar, also so Real-Life-Videos vielleicht. Also ich weiß es jetzt noch nicht, aber darunter unterhalten wir uns noch. Wir, eine Gruppe von vier Leuten. Einmal der J-Tracks oder der Jan, der die ganzen Sound-Effekte und Video-Effekte im Intro macht, im Outro macht. Und ja. Einen herzlichen Dank dazu gerade noch, Jan. Danke, dass du das Outro und Intro gemacht hast, dass du Zeit aufgewendet hast. Und ja. Dann komme ich, der Terraton oder Philipp. Ich bin eigentlich der hauptsächliche Gamer hier, sage ich jetzt mal. Und ich werde auch das ganze Material für die Montages machen. Ich werde auch die ganze Zeit kommentieren, wenn nicht mal der Philipp dabei ist, der übrigens auch schon das dritte Mitglied ist von uns. Der ist sozusagen der Co-Moderator, sage ich jetzt mal. So. Wenn das dir recht ist. Oh ja. Ja. Gut. Eier, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, denn Torben oder Antihero, der das ganze Design macht, also hier von wegen Terraton-Schrift oder Thera-Schrift, die das ganze ausmacht eigentlich schon, weil das ist so das Markenzeichen jetzt von mir. Ähm, ja. Ein herzliches Dank dazu. Also, den Weg, den wir jetzt gehen wollen, ist am besten, dass alle, alle, die mich gemocht haben, wieder hier in diesem, in diesem Account oder in diesem Video-Channel wieder kommen. Und alle Subscriber, die mich, äh, äh, abonniert haben, alle Subscriber, die mich abonniert haben, ich bin wieder heute schlau, ne? Alle, die mich gern mochten, wieder in diesem Kanal zurückfinden. Und hier wieder, dass der ganze Scheiß von dann geht, äh, liken, abonnieren vielleicht, wenn es euch gefällt, disliken, wenn es euch nicht gefällt. Also, es ist uns sehr wichtig, dass ihr in unsere Videos einbezogen werdet, also, dass ihr entscheidet dürft, was wir jetzt machen wollen, also sollen. Wenn euch zum Beispiel Montages nicht gefallen, machen wir was anderes, machen wir nur Space. Wenn wir, wenn euch Let's Plays nicht gefallen, versuchen wir mehr Montages zu machen. Ja, also, es hängt alles von euch an, weil wir lieben euch, wir machen es ja nur wegen euch, ja. Wegen einem anderen Grund machen wir es ja nicht. Oh, da vorne ist ein, ein Tiger. Den mache ich aber weg. Zack. Ähm, ihr seht, wir sind in Skyrim, einer der besten Spiele meiner Meinung nach. Es ist einfach nicht zu übertreffen mit den neuen Grafikbomben, ja. Battlefield 4 ist zwar sehr, sehr geil, ich zocke das auch, da werden auch wahrscheinlich Montages kommen. Aber dieses Spiel ist einfach unübertreffbar für meinen Geschmack. Es ist einfach alles, was gut ist, in einem. Oh, das ist ein toller Platz, da könnten wir jetzt einfach mal ein bisschen verweilen und weiterreden. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Es ist so, dass wir jetzt mit einem Mikro aufnehmen, das jetzt noch nicht sehr gut ist. Wir bemühen uns darüber aber, dass wir ein neues kaufen. Ich habe mir schon überlegt, ein Blue Yeti zu kaufen, das eine sehr, sehr gute Mikroqualität hat. Und dann wird das Problem auch gelöst. Ja, was für Mods ich benutze, ist einmal Realistic Waters, das ziemlich cool aussieht, finde ich. Mir findest du's, Philipp? Ja, mir gefällt's auch sehr gut. Ähm, es ist halt einfach realistisch. Ähm, dann Realistic Fire, ne, hier so. Und Lightning Effekte, ähm, Mossy Stones, also das alles ein bisschen so vegan, ähm, wie sagt man dazu, einfach bewuchter aussieht und lebendiger, sage ich jetzt mal so. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht hier hinzuzufügen. Liked es, wenn es euch gefällt, dieses Video. Disliked es, wenn es euch nicht gefällt. Es ist eure Meinung, nicht unsere. Wir sind nicht irgendwelche Like-Geilen, die sagen, Like, 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 Abo, Abo favorisieren, sharen, bla bla bla. Ja, ihr sollt das machen, was ihr wollt. Und wenn es ein Like ist, freuen wir uns sehr. Das ist unsere Motivation, das zu machen. Und wenn euch alles gefällt natürlich, abonniert uns. Ja, was anderes kann man nicht dazu sagen. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Auch Tschüss von Philipp. Und Tschüss. Ja, hau's rein, Leute. Bye.